So. Ja, du steckst noch Blumen in die Wade. Wir sind hier in Kirbladen. Das ist das Grab von Irisens Urgroßmutter oder Ururgroßmutter? Ur-Ur. Deine Urgroßmutter. In Uwanawana. Ja. Iris gibt Blumen für die Ururgroßmutter. Für die Ururgroßmutter. Ja, sehr schön machte das hier. Sehr gut gemacht. Ja. Was war denn die Ururgroßmutter? Ja, noch nicht. Ja. 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 Gut gemacht. Ja. 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 Wir sind gesperrt. Ja. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier.